Hallihallo, hier ist der Suicide Kossi und wir spielen weiter mit X-Men Legends. Ja, unter... ja, ich gehe jetzt hier wieder in die Charakterauswahl, weil ich auf einmal Jean Grey beihabe, was ich nicht beihaben wollte. Ja, Soulknolle war das, glaube ich. Hat sich gewünscht, dass ich mal Rogue reinnehme. Und das werde ich jetzt tun. Gucken wir mal. Rogue braucht auf jeden Fall Verteidigungspunkte und Fokuspunkte. Dann werden wir mal den Fähigkeitenentzug... ist nicht schlecht, aber dafür brauchen wir noch Punkte. Deswegen werden wir jetzt erstmal einen da reinsetzen. Okay, sie kann auffliegen, Klammern, Kritschstärke, Macht kann ich jetzt auch schon. Hauen wir voll. Annehmen, okay. Booyah, Wolverine. Ich habe extrem gute Laune, weswegen ich dieses Spiel jetzt weiterspiele. Okay, nehmen wir uns mal gleich Rogue. Die Karte ist schon wieder ausgestellt, was ich schon wieder beschissen finde. Boah, ist ja geil. Die ist total stark. Das habe ich... Du bist gespawnt, du bist gespawnt. Im Übrigen wurde ich darauf angesprochen, weil ich keine Texte vorlese und immer die Leute reden lasse. Ja, das ist das Problem, dass ich das nicht sehe, weil das Bild echt zu klein ist. Ich werde mal versuchen, wenn wir dann die... Wow. Wow. Du, 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 du. Cool, was haben wir... Ah, jetzt habe ich es nicht vorgelesen. Dammit. Ich nehme mal diese Kiste mit. Wo muss ich eigentlich lang? Also, es sieht mir danach aus, dass ich hier lang muss. Oh, Transformator. Nicht. Schade. Aber da ist ein... Da ist ein Heiltrank. Ja, komm, komm, komm. Boom. Was ist das denn? Ja, nehmen wir mal auf. Nehmen wir dann auf, wenn wir... Wow, 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 wow. Boom. Boah, die ist ja... So, Knolle, das war ein sehr guter Hinweis. Die ist ja übelst stark. Oh, die werden wir ein bisschen skillen und werden dann ins Team nehmen. Boom. So. Was ist hier? Gefahrenraum-CD. Ähm, Herausforderung-Biest. Okay. Wir werden jetzt mal Wroken ein bisschen heilen. Gucken mal. Oh, ich habe keine Zeit. Ist ja fast genauso stark wie Wolverine. Okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Gut. Oh, das war ein sehr guter Tipp. Ich... Danke dir. Ich will auch ein bisschen was von Kuchen abhaben. Nicht alleine. Oh, 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 oh. Das ist krank. Oh, ist das krank? Ist das krank? Wow. What the fuck? Ja, Sicherheitswache. Du hast jetzt einen Fehler gemacht. Du bist nämlich alleine hier hingegangen. Jetzt nehmen wir uns mal Iceman. Hab ich schon... Ja, jetzt zeige ich euch mal den Eispanzer. Boom. Okay. Jetzt gehen wir hier hin. Und springen hier runter. Und boom. Durch den Eispanzer werden wir stärker. Was man hoffentlich auch sieht. Und wenn wir den weiter skillen, dann wird der noch besser. Weil dann können wir nämlich... Ja, ich hab's schon gesehen. Ähm, dann können wir nämlich noch unsere Teammitglieder ausstatten. Was auch sehr cool ist. Moment. So. Dass wir hier mal ein bisschen aufsammeln können. Weil es bringt ja nichts, wenn wir das liegen lassen. Okay, wir haben noch zwei Transformatoren, wie ich sehe. Äh. Okay. Oh, Mann. Ich hab... Kann ich hoch? Nein. Kann ich nicht. Ähm. Hier kann man schon mal wieder was anzünden. Das... Uh, 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 uh. Wup, wup. Aufnehmen. Na. Ich zeige euch mal, was diese Fässer können. Aber nicht, dass ich jetzt irgendjemanden töte. Deswegen gehe ich jetzt mal vor. Wups. Boom. Okay. Anscheinend musste ich hier noch nicht lang. Stay in a group. Ich mag... Ich muss ehrlich sagen, ich mag die englische Fassung lieber. Wenn es auf Deutsch ist, würde es viel, viel beschissener rüberkommen. Weil Englisch hat... Englisch hat einen Charme. Und hier komme ich. Doch, da ist er. Da ist ein Transformator. Da ist ein Transformator. Und die epische Musik geht wieder los. Ah. Aber ich komme... Doch. Doch, doch, doch. Ja. Die kann ja fast... Boom. What the fuck? Was das sind... Krank... Hm, jetzt brauche ich Iceman. Iceman. Boom. Yo. Ich habe hier schon alle besiegt. Wo ist denn da noch der Transformator? Okay. Hier anscheinend nicht. Ich habe hier schon... Oh, ich... Da. Boom. Ich muss aufpassen, dass ich sie jetzt nicht kille, weil ich einfach so draufgängere spiele. Ach. Okay, da ist ein Trank. Und... Hihihi. 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 Moment. Boom. Nein. Verworfen. Scheiße. Das ist schade. Nochmal... Der... What the fuck? Boom. Okay, wir müssen jetzt wohl wieder zurück und deswegen nehmen wir eine kleine Abkürzung. Praktisch, die Abkürzung. Aber jetzt hätte ich sie nicht heilen müssen. Ah. Mist. Das hätte ich verheilen... Was? Nein. Ach so. Ich habe gedacht, dass es was Schlimmes. Hihihi. Nein. Panzer. Okay. Wollen wir den mal mit Rogue machen? Ich muss aber erst zu Iceman, damit ich dieses Eis... Nee. Komm, scheiß drauf. Wagatanga. Ja. Ja. Wenn du drauf stehst, bringt es uns sehr viel. Ach, warum? Boom. Ich weiß nicht. Sieht's... Ich habe keine Energie mehr. Ich muss... Nein. Ihr habt Iceman getötet, ihr Schweine. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, ich weiß, Rogue bruch... Ach, der Panzer... Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich werde ihn jetzt erstmal hier zerstören. So, Panzer zerstört. Und jetzt nur noch hier. Ja, Rogue ist gut, aber... Oh, Cyclops. Muss man dir echt schon helfen. Die Ka... Grummel. Das Fass ist mir irgendwie zu nah. Boom. Harp-Einrichtung betreten. Aber natürlich. Wir sind jetzt in Harp. Ich habe die Abkürzung leider vergessen. Verdammt. Hoffentlich. Jo, wir sind jetzt... Wir gehen jetzt zu Forge. Ähm... Hey, Forge. Ähm, wir brauchen... Heilung. Du hast keine Heilung. Das finde ich doof. Weg. Wir brauchen Team ändern. Da uns ja Iceman abgekackt ist. Oh, yippie, yippie, yippie. Kann ich ihn auch auswählen? Ja, ich kann ihn wieder beleben. Iceman. Aber jetzt werden wir mal ein bisschen Storm kämpfen. Und wir werden jetzt Rogue wieder zwei Punkte geben. In... Vitalität. Und hier werden wir es... Was macht denn Fähigkeitenanzug? Erster Level... T-t-t-t-t-t-t-t. 25 Energie. Zwei Punkte. Ich werde mal hier in... Äh... Oh ja, das werden wir mal skinnen. Da fehlen mir noch ein Punkt. Und dann werde ich... Hier erstmal nichts gehen, weil ich mir den Punkt mal aufheben möchte. Jetzt speichere ich und ich sehe schon... Ich habe schon wieder neun Minuten gespielt. Ich möchte... Ich weiß, ich kann 15 Minuten hochladen. Aber ich möchte immer von Speicherpunkt zu Speicherpunkt spielen. Und das sind immer so neun Minuten. Was auch relativ gut ist. Und... Wir speichern auf die Brücke. Naaah. Dammit. So. Ja. Ähm. Ja. Was das Zweitprojekt angeht, weiß ich noch nicht, was ich reinnehmen will. Vielleicht irgendwas mit Zerstörung. Weil ich zu wenig mit Zerstörung hier in dem Spiel zu tun habe. Ähm. Hust. Ähm. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal.